Die Interleving Garderobenserie 6011 begeistert mit der exklusiven Modelloptik und bietet dank des umfangreichen Typenplans vielfältige Individualisierungsmöglichkeiten. Mit den hochwertigen Metalllack-Oberflächen strahlen die Garderobenmöbel moderne Eleganz aus. Die Fronten sind in den Farben Lichtgrau, Schiefer-Schwarz und Casa Wildeiche realisierbar, die Korpusse in Lichtgrau und Schiefer-Schwarz. Das Design-Highlight bilden die furnierten Applikationen in markanter Blockbohlenoptik auf den Abdeckblättern und Wandpanelen. Akzentuierend wirkt zudem das Sicherheitsglas in Parasolgrau. Die Korpusse sind in drei Sockelausführungen erhältlich. Serienmäßig kommen ca. 15 mm höhenverstellbare Fußgleiter zum Einsatz. Alternativ stehen die Garderobenmöbel auch mit ca. 12 cm hohen schwarzen Metallfüßen zur Wahl. Des Weiteren können sie manche Elemente auf Wunsch an der Wand aufhängen. Zu den funktionalen Höhepunkten des Garderobenprogramms gehören die Türen bzw. Türscharniere mit Dämpfung für besonders sanftes und leises Schließen. Auch die Schubkästen mit robusten Metallzargen und praktischem Selbsteinzug sind gedämpft. Die Interliving Garderobenserie 6011 trägt das Qualitätssiegel Made in Germany und gewährt 5 Jahre Herstellergarantie. Ergänzend empfiehlt sich die optisch perfekt abgestimmte Interliving Wohnzimmerserie 2108. Interliving. Möbel für mich gemacht.